so wir spielen heute mal minecraft die letzten folgen waren mit der playstation aufgenommen ich habe jetzt einfach überlegt dass ich mir das einfach auf dem pc oder dass damit euch auf dem pc spieler ja ich habe gestern schon versucht mein stand ein bisschen also dem pc stand auf den gleichen stand wir vor playstation zu bringen klappt das jetzt nicht so hat das nicht wirklich wir geben unser bestes müssen jetzt leider nur warten ich habe kein holz mehr bis es dunkel wird bis es wieder hell wird also auf dem pc bin ich wirklich noch ganz ganz am anfang von den ganzen wie man was macht und alles deswegen wundert euch nicht ich glaube ich auch das erste mal dass ich irgendwie von pc minecraft spiele ich glaube ja also ich habe wieder versucht schön am wasser zu bauen viele bäume drumherum ja hier wollte ich eine tür rein machen dass man halt so ein bisschen an strand gehen kann das heißt an strand ein bisschen ans wasser dass man halt auch direkt den bezug zu hat ja hier müsste ich noch mal gucken wie ich das da mache genau hier würde ich das so lang ziehen dass ich in dem bereich ein bisschen ein bisschen hat für mich diese art kleine terrasse könnte ich das ja eigentlich auch in holz machen das ist gut dann können wir eigentlich schon weiter ein paar bäume fällen so 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 gleich auch direkt schon mal gucken ob wir irgendwo oder so haben Prozent das mit der Tür noch mal das war der macht direkt drei Türen viel zu viel die Türen baue ich noch mal weg macht er auch Holz so dann haben wir schon mal unsere kleine Terrasse ohne Biene jetzt bräuchte ich ein bisschen Stein ein bisschen Kies da Stein das sonst direkt huch direkt bessere Waffen bauen können ja wie das aussieht wenn wir Glück haben können wir das hier ein bisschen auch als Höheneingang benutzen ich weiß noch nicht ob hier drunter eine Höhle ist so das auch noch mal wollen wir mal gucken also ich mache die Holzachse jetzt noch kaputt die Holzspitzhack und dann mache ich mir auch gleich der neue vielleicht sogar mehr ich würde sagen wir gehen jetzt einfach direkt schon auf Erkundungstour dann müsste ich eigentlich schon direkt zwei drei Spitzhacken machen ich muss noch gucken wie ich Fakke mache dafür bräuchte ich Kohle dafür müsste ich Kohle finden kohle 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 bei mir so einen kleinen Weg da brauche ich da nicht immer quer durchschwimmen ja das gute ist Sticks sind ja auch genug so ja gut den Boden hier muss ich auch noch ändern dann ein Hebel nee ich möchte Waffen machen machen wir vier Stück packen die da hin ja gut die sind jetzt auch rüber aber die muss ich auch verbrauchen ähm machen wir uns noch da von zwei kann ich nicht weil kein Sticks so zwei davon ähm die können wir auch schon mal eine machen und das können wir auch schon machen dann können wir ja das da reinpacken das da reinpacken den Sand da reinpacken kann ich nicht schon kann ich einen Ofen damit wir Scheiben machen können denn so zack haben wir eins zwei drei vier machen wir vier Scheiben so den kommen ähm da die Setzlingen das Fleisch nehmen wir mit das Holz brauchen wir nicht das brauchen wir auch nicht die brauchen wir jetzt gleich nicht das brauchen wir das davon eine Tür zu machen Tür zu ich baue gerade ein bisschen erdapfel im Weg das sollte reichen dann ich drücke mal den falschen knopf selber immer was falsches im kopf auch nie passt ja von der belegung her dann hoffe ich mal das jetzt gleich schon ein bisschen kohle finden sonst irgendwie mal ein paar facke machen können aber ich ehrlich bin sieht das ein bisschen schlecht aus ich muss kurz immer das fenster aufmachen ja gleich ist vielleicht die helligkeit noch ein bisschen höher machen viel helfen tut das nicht geht auch schon ein bisschen oh eisen toll ich mein eisen ist auch gut haben wir eisen gefunden freue ich mich auch drüber ich sag mal so facken wir noch ein bisschen noch ein bisschen schöner ich muss niesen es wird schon wieder dunkel und gleich ist auch noch ein das ist auch der letzte ich muss los ich muss los ah da ist schon eine spinne das essen muss ich auch ne das packe ich mir gleich lieber in den Ofen ein schaf muss ich auch noch treten das ist auch fertig da und da ah nein da oben ist noch was auf gut dann packe ich mir hier kurz noch das fleisch rein es gibt auf jeden fall ein bisschen mehr nicht mehr das salz kommt da rein das glas tun wir da rein das fleisch essen wir und damit ja das nicht mehr ich muss gleich ein paar Schafe jagen gut das Eisen geht relativ fix dann würde ich erstmal sagen das ist der Stand in dieser Folge vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal